Willkommen, willkommen, willkommen zur richtig geilen April O'Neil an Bord hier bei den Turtles. Die nächste Folge Episode 9, Krise auf Coney Island. Und da geht's jetzt hin. Komm, das ist jetzt aber Lederkopf. Was? Was? Saugnäpfe? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ach, genau in dem Moment, wo ich springen wollte. Jetzt? Ich wollte gerade springen? Oh, was war das? Er bewegt sich noch. Ich glaube, April ist nur in der Luft gut. Nein, ich bin auch noch reingegangen. Eine Frau schlägt mal nicht. Der genießt die Aussicht. Der holt sich einen Hotdog. Das ist so geil. Nein. Ich hab gesagt, eine Frau schlägt mal nicht. Was ist mit dem Wagen hier? Ha, wusste ich es doch. Auseinander genommen. Oh, guck mal hier. Rasputin. Jawohl. Der speichert für mich, kann das sein? Boah, ist die schnell. Also, ich hab schon gedacht, Leo ist schnell. Aber April, mein lieber Gesangsverein. Boah. Der fliegt ja einfach durch die Gegend. Er ist ein Eis. Jetzt hab ich auch die losen Bodenbretter gesehen. Na. 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 Da war ne. Pizza versteckt. Ich boxe mich hier in einer Reihe durch. Sonst noch wer ohne Ticket. Alter Schwede. Nein. Boah. Bin ich, äh, gerade kein einziges Mal getroffen worden? Kann das sein? Oh, nein. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Na. Ist das geil mit April. Was seid ihr denn? Hier kommen immer wieder neue Fußsoldaten. Äh. Darf ich dich jetzt mal erwischen hier? Ekelhaft. Ekelhaft, ein Käfer. Ja. Ekelhaft. Hoppala. Oh. Hallo, geh doch mal da weg. Und jedes Mal wieder. Das. Jetzt reicht es mir aber. Obwohl du tot bist. Immer wieder drauf. Oh, schade, jetzt ist er weg. Oh, mein Leben, mein Leben. Oh, Gott sei Dank. Oh, schon wieder. Hm. Der ist echt kacke. Einfach aber kacke. Ach, ich wollte. Das mit dem Rennen ist manchmal ein bisschen scheiße. Oh, guck mal, wie süß. Weil man da zweimal drücken muss. Lasse einen Ballon platzen. Was? Ja, aber wie denn? Ach so. Ich dachte, das muss man jetzt in irgendeiner bestimmten Zeit machen, aber... Und jetzt? Ich mach alles kaputt hier. April Ausrastmodus. Auch das Karussell. Kann ich das kaputt machen? Nein, schade. Warum krieg ich denn dafür keine Blow? Oh, scheiße. Ja, ja. In den letzten Moment gewinnt. Eine Pizza oder so wäre cool gewesen. Ah, du schon wieder. Hallo, da komm ich doch gar nicht hin. Alter, April ist jetzt... Gleich kaputt. Komm, eine Pizza, eine Pizza, eine Pizza. Nein. Und da ist der Endbus. Na toll. Das kann nur... Ja, es ist Lederkopf. Hallo, Jungs, ich steh hier. Hallo. Hallo. Sultan, der Sümpfe. Scheiße. Kacke. Oh, nein. April, es tut mir leid. Kann ich dich auch mal wieder treffen? Ei, ei, ei. Ja toll, jetzt kommt eine Pizza. Weißt du? Der will mich nur treffen und dann verschwinden. Aua. Au. Hallo, man schlägt eine Frau nicht. Auf den. Na, komm her. Yes, baby. Da hinten sind die Frösche langgefahren. Habt ihr es gesehen? One, two. Einfach das Mikrofon fallen lassen. Alter, das ist so geil. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Spaß das Spiel macht. Wow. Ei, ei, ei. Sie setzen Crank nach und nach zusammen. Ja, besondere, großartig. Du hast eine besondere Anfrage mit einem Pangenfröschen. Ich kann nicht so schnell lesen. Mann, was soll das denn? Ach, guck an. Die vier Frösche. In der nächsten Folge. Episode 10 schon. Ein paar Schrauben locker. Ei, ei, ei. Ja, Freunde, freut euch. Bis dann. Nrw bei 18. Adjul. Ciao.